hallo einen wunderschönen guten tag hier ist wieder der markus von stadtgespräch gummersbach dem podcast der gm erleben agentur und ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt heute bin ich ein bisschen außerhalb von gummersbach in oberbandenberg bei der firma welp druck bei michael welp schönen guten morgen schön dass du dir zeit genommen hast schön guten morgen hallo zurück und ja schön dass wir die zeit gefunden haben ich freue mich auch ja wir hatten ja so ein bisschen erst schnee dann war das so muss man ein bisschen gucken aber das macht ja nichts das gehört ja dazu so ist es ich fange mal ganz stupide einfach an und sagt welp druck also wer jetzt schlau ist denkt sich wahrscheinlich hat das was mit drucken zu tun magst du mal so ein bisschen erklären erzählen von dir und was für ein unternehmen sich in der webdruck tatsächlich auch verbirgt ja also hast du schon messerscharf gefolgert ist tatsächlich so druckerei klassische druckerei auch und hier auch schon etwas länger am markt ja das mal vorsichtig auszudrücken der betrieb ist also ich will jetzt nicht die historie dafür ich werde ich lange benutzen aber der betrieb ist oder in anspruch nehmen der betrieb ist 1978 von meinem vater irgendwann gekauft worden aus einer alten buchdruckerei die in bielstein war und naja dann haben wir uns irgendwann im laufe der jahre eben etwas weiterentwickelt sind aus bielstein weggezogen sind irgendwann anfang der 90er jahre hier nach oberbandenberg ins industriegebiet gekommen und haben dann im jahr 2006 also ich selber bin seit 1994 hier mit an bord also auch schon etwas länger und habe dann im jahr 2006 die firma von meinen eltern übernommen die sind dann in den ruhestand gegangen und dann habe ich hier mit meiner frau mit der annette weitergemacht und seitdem sind wir halt hier ja und haben im jahr 2008 hier wo wir jetzt am standort sind die komplette halle auch kaufen können erfreulicherweise waren bis dato dann vorher mieter hier und konnten die dann übernehmen und haben ja dann auch in dem zusammenschluss hier tatsächlich auch noch zwei ganz interessante ergänzungen mit in das gebäude genommen wir haben im keller unten noch einen digital druck anbieter ja und dann haben wir im anderen gebäude also keller hört sich so negativ an einem erdgeschoss und haben dann in dem anderen gebäude nebendran noch den ein werbemittel oder nicht in werbemittel sondern ein außenwerber werbetechnik betrieb drin ja und das ist eigentlich eine ganz schöne ergänzung sagen das passt ja ganz gut zusammen absolut absolut weil wir bieten hier oben wie gesagt den klassischen offset druck an wie man das ebenso kennt aus der guten alten zeit sicherlich auch mit neuen themenfeldern dazu ja aber ich sag mal wenn es dann doch ein bisschen komplizierter wird hat man hat hier im haus zurück einen direkten netzwerk wo man im prinzip dann darauf zurückgreifen kann mit denen man im prinzip alle anforderungen die so ich sag mal rund um das cross mediale thema stehen im prinzip gewährleistet sind und deswegen können wir eigentlich hier im haus für alle die irgendwas in dem bereich druck print internet brauchen auto verklebung und so weiter können wir hier wunderbar anbieten magst du die nennen die zwei betriebe also das ist für den podcast kein problem im gegenteil wir sind ja netzwerker ja klar sehe ich ganz genau so ist die firma printaholics die digital druck und nebenan das ist die firma mmd mikro light media und die machen eben diese werbetechnik ja und dadurch sage ich mal haben wir hier halt diesen lücken schluss und können dann im prinzip aber auch sehr gut miteinander zusammenarbeiten und es ist ein tolles verhältnis und von daher ist das eigentlich für alle auch dann für unsere kunden win-win situation einfach so sagen wenn du sagst so klassisch klassischer druck was wären so typische produkte die bei euch irgendwie laufen ist also gibt es das überhaupt dass man sagt typische weil ich ich hake nur ein weil printaholics zum beispiel die jungs kenne ich noch von früher von den abi zeitungen ich weiß gar nicht ob es das heute noch so gibt doch absolut ja absolut super also das war dann weiß ich nicht so für den der es nicht kennt man macht abi und macht eine zeitung mit allen möglichen sprüchen fotos und so weiter und das gab es dann weiß ich nicht im schönen a4 format irgendwie genau und was was läuft bei euch so das ist im prinzip die klassische abgrenze die du gerade nennst ja damit ist manchmal ist bei 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 also da will ich jetzt nicht zu viel zu haben es ist ja eher dann sein geschäftsfeld aber es ist ja im prinzip so die geschichte wo bei printaholics dann im prinzip ja auch so die die grundlagen gelegt wurden ja nämlich sage ich mal wirklich hochqualitative abschlussarbeiten die aber eben in einer relativ überschaubaren auflage zu produzieren zu machen und dafür ist eben der digital druck nach wie vor prädestiniert und war auch damals schon prädestiniert und um deine frage in richtung unserer firma zu beantworten wir sind eher so in dem bereich unterwegs dass wir eben größere auflagen oder ja also von daher siehst du auch ein bisschen was bei mir auf dem tisch liegen bücher bildbände kataloge prospekte broschüren also alles was so kommt was eben in höheren auflagen läuft und wo es eben ganz wichtig ist dass das druckbild einheitlich bleibt also stichwort abi zeitung ist vielleicht jetzt nicht so ein tolles beispiel für den klassischen digital druck aus wenn man die die kleine auflage nehmen würde weil dann macht es halt immer sinn aber klassisch für den digital druck ist glaube ich heute eher so die personalisierungsquote die drin ist das heißt du kannst persönlich angeschrieben angesprochen werden dein name erscheint auf der seite bieten wir auch alles an aber vom grundsatz her ist es doch eben dann eher so dass wir das was du halt heute noch nach hause geschickt bekommst in einem werbemittelkatalog irgendwas getränke flyer aus dem getränkemarkt wo dieses druckbild immer gleich ist wo aber auflagen benötigt werden sage ich mal 5.000 10.000 20.000 40.000 oder mehr ja und da ist dann kommt der offset druck ins spiel und das ist im prinzip das was wir machen ja das heißt wir haben also im prinzip trotzdem von der visitenkarte an den ganzen bauchladen bis zum hochqualifizierten katalog oder hochqualitativen katalog mit veredelungstechnik mit allem drum und dran gehört dann also da gehört ja wahrscheinlich dann eben nicht nur drucktechnik dort ja wahrscheinlich auch ein bisschen ich sag mal hauptsächlich wahrscheinlich papierverarbeitungstechniken irgendwie schnitt schneiden muss es geben stanzen weiß ich nicht falzen all diese dinge man das ist ja recht technisch anspruchsvoll schön dass du das so sagst weil das ist eigentlich das was eigentlich immer durch diese ganzen internetplattformen die so entstanden sind die sicherlich ihre berechtigung haben keine frage weil da sicherlich industriell dinge gefertigt werden können in der masse die wir so in der form nicht mehr abbilden können und vorher auch abgebildet haben die wir aber so preislich nicht mehr hinbekommen aber in der tat ist genau wie du sagst also man unterschätzt die schritte die dahinter hängen ja ja und man denkt immer auch der lichten prospekt ruck zuck gemacht und dann ist da noch eine seite drin nein aber es sind tatsächlich zig handgriffe es sind sich maschinen dafür erforderlich und es ist eben auch so und das ist also das problem jetzt in anführungszeichen jeder job ist ja individuell ja der eine hat das format der andere das format dann braucht der eine das papier das papier dann hast du dann eine andere grammatur eine andere qualität und dann kommen eben noch so dinge dazu die auflagen sind anders und dann hast du halt im prinzip jeder auftrag ist individuell und jeder auftrag hat man kann ein prinzip sagen von der von der organisation her bis ist der der aufwand für eine ganz stinknormale visitenkarte und für was weiß ich 48 seitigen hochglanz prospekt mit sich veredelung erst mal vorneweg der gleiche ja und dann geht es ja im prinzip die nächste stufe dann wenn er die daten bearbeitet gehen in die vorstufe werden für den offside druck dann vorbereitet dann reden wir ich will da jetzt nicht so technisch werden wir das langweilt glaube ich am ende auch dann dann wird es ausgeschossen so sagen wir dazu wenn die seiten montiert entsprechend danach wird hier ist diese druckplatte belichtet also das ist schon ein prozess der hat früher also ich sag mal bis bevor diese branche auch digitalisiert wurde in der bereich gab es dafür extra ausbildungsberufe das waren die sogenannten repro leute die das gemacht haben wo dann im prinzip filme kopiert worden sind und seitenweise aufgebaut worden sind das läuft ja heute alles schon oder seit über zehn jahren voll automatisiert eine riesenzeit ersparnis aber es kommen ja trotzdem und dafür muss man jetzt dann doch ein bisschen die technik einsteigen pro pro farbform so sag ich es mal kommen ja vier druckplatten raus die belichtet werden ja ein ganz eklatanter unterschied zum digital druck und das hört sich jetzt will ich ist gar nicht wert und gemeint da drückst du auf den knopf dann kommt die seite raus also jetzt mal auf den punkt also verkürzt gesagt wir drücken auch auf den knopf drüben lichten aber erst druckplatten die auch wieder geld kosten wir sind aus aluminium und diese platten müssen dann vier stückweise cyan magenta yellow schwarz bestimmt auch schon mal gehört sind die vier druckgrundfarben genau ja und die müssen dann im prinzip ja auch plattenweise in die maschine eingehängt werden zu den entsprechenden farben und dann wird eine form gedruckt und jetzt ist halt entscheidend wie groß ist die druckform und jetzt können wir hier dina 1 drucken das heißt du bekommst auf eine druckbogenseite acht seiten dina vier ja das mal so ein bisschen ja so hinterlegen so und auf die rückseite kriegst du wieder acht seiten das heißt wenn der druckbogen von beiden seiten gedruckt ist haben wir 16 seiten in einem druckbogen liegen und diese 16 seiten liegen dann ja im prinzip glatt und müssen dann ja irgendwie zu einer broschüre zu einem buch oder wo auch immerhin verarbeitet schneiden zusammenpassen in der richtigen reihenfolge die binden genau richtig ja genau diese richtige reihenfolge die muss eben genau vorher festgelegt werden weil das ist ja logisch wenn du dir den druckbogen vorstellst der ein hat zum beispiel nur 32 seiten oder einen prospekt der 22 seiten der andere hat 48 da muss natürlich die seitenfolge immer anders auf dem bogen positioniert wenn damit nach dem falzen der bogen die seitenreihenfolge bleibt ja das ist dieses so genannte ausschießen dafür gibt es erfreulicherweise jetzt ganz schlaue software in der vorstufe die das eben im prinzip relativ einfach ermöglicht und dann kommt in der weiterverarbeitung was du gerade völlig richtig gesagt hast dann kommt im prinzip die das erstmal das fertig schneiden das format beschneiden dann wird gefalzt dann wird geheftet oder klebt was auch immer dann gewünscht ist so ist das wenn du sagt es eben was du hier auf dem tisch liegen hast hier liegt so ein großer ich weiß nicht was das ist sieht aus wie so ein gebundener bildband oder sowas das sind ja dann schon auch mehr als 48 seiten der 164 so kommt ja dann echt was zusammen da kann man ja glaube ich ganz froh sein dass es auch die möglichkeit gibt sich von der software unterstützen zu lassen dass wirklich diese reihenfolgen auch passen da hast du früher für dieses beispiel dass wir hier liegen haben hättest du früher in der druck vorstufe ist jetzt wirklich nicht irgendwie aus der luft gegriffen locker eine woche für gebraucht bis die daten fertig sind ja woche oder bis die nicht die daten fertig sind bis die sachen so sind dass sie eine druckmaschine können dass die druckreif sind dass man also an der druckmaschine anfangen kann das ist heute eine sache von rechnerisch sag ich mal ist das teil in der stunde durch und dann wird es belichtet also ich sag mal nach einem halben tag ist alles fertig wahnsinn wahnsinn ja es ist schon ist schon also das ist schon verrückt und deswegen sind wir natürlich auch sag ich mal irgendwo total digitalisiert wobei das produkt was wir natürlich hinterher raushauen wieder ein analoges produkt ist natürlich klar das ist ja das was was alle immer so schön finden trotz allem trotz aller digitalisierung ich glaube du kannst dir die besten bilder auf dem besten bildschirm angucken wenn du so ein buch in der hand hast und das aufschlägt und weiß ich nicht siehst die wüsten dieser welt oder was weiß ich was immer das ist ja immer auch noch mal so ein ja dieses haptische erlebnis das geruchserlebnis finde ich immer ganz interessant weil da ist keine ahnung viele haben das ja auch wirklich in büchern klassisch romane und so weiter das ist immer noch mal eine andere kiste und ja man man hat ja ich kenne das ja man man hat oft auch ein gefühl von wertigkeit also gerade wenn so bücher oder auch so bildbände wenn die fest eingebunden sind zum beispiel das ist noch mal ganz anders als wenn das so ein weicher katalog ist wie man das so von musikgeschäften zum beispiel kennt oder sowas oder ich sag mal der otto katalog oder wie auch immer und das ist eine klasse sache prima jetzt habt ihr ja auch wenn ich das richtig im kopf habe die karten gedruckt für den heimat joker richtig richtig ja da muss ich fragen das war aber auch beides waren das die karten und die die mantel genau das heißt einmal diese was ist das einfach diese kunststoff karte also was man so als ec karte genau wie so eine checkkarte das heißt es ist nicht immer nur papier richtig und ich meine ich kenne das ja selber da ist dann so ein kleines löchlein oben drin dass man diese karten irgendwo im ständer aufhängen kann und so da kommt ja eine menge zusammen da ist ein klebepunkt drauf oder zwei dann handarbeit ist das dann so dass da immer noch leute sitzen die das dann von hand nach nach der ja na klar also ich sag mal diese dieser dieser mangelbogen der außenrum nicht der wird gestanzt und dann kommt aber ja die konfektionierung die karte muss ja wieder rein und dann ist die karte halt rein konfektioniert wenn damit die in diesen laschen dann steckt und dann kommt das dazu aber bei der karte muss man also fairerweise tatsächlich sagen die haben wir weil du das ja auch richtig angesprochen hast kein papier wir drucken tatsächlich nur papier das ist eine geschichte die läuft dann wiederum im siebdruck ja aber man hat ja dann ein netzwerk wo man eben mit zusammenarbeitet da war es auch sehr sehr wichtig dass wir die farbverbindlichkeit gewährleisten sagen es muss ja matchen dass die karte die da drauf liegt also für die die es noch nicht kennen das sind halt so ist so ein streifen motiv die streifen setzen sich quasi auf der aufgebrachten ja genau das ist das eine pvc oder kunststoff karte das setzt sich halt fort und dann kann das natürlich nicht sein dass das eine blau da blauer ist als auf dem richtigen mantelbogen richtig richtig du hast natürlich von druck anwendung zur druckanwendung gewisse unterschiede aber es gibt halt farbräume die gibst du vor die werden definiert und dann wird eben versucht so nah wie möglich daran zu arbeiten deswegen ist es immer ganz gut wenn solche jobs jetzt nicht weil wir sie gemacht haben sondern generell wenn man solche dinge vergibt oder wenn man mehrere dinge gleichzeitig vergibt die irgendwo dann hinterher zusammen rauskommen und auch zusammen irgendwo präsentiert werden dann ist es immer ganz gut wenn die aus einer hand kommen das kann man heutzutage sehr schön beobachten sage ich jetzt mal so ganz unvoreingenommen wenn man sich so in einigen unternehmen die flyer wände beguckt wo die also ihre eigenen prospekte ausstellen ja und dann ist es teilweise eben so und das liegt die vermutung nahe und man weiß es auch sehr häufig dann sind halt doch auch oft bei den ich sag's mal bei den normalen drucksachen doch auch eher dann schon mal dass die online partner mit im boot und das ist halt jedes mal dann etwas anders das sieht man halt dann du siehst es dann ist soll gar nicht heißt dass es schlecht ist weil das ist halt immer auch eine frage der einstellungen und der maschine und das ist natürlich dann wenn du den 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 kunden komplett hast dann weißt du ja wo es drauf ankommt dann kannst du auf alte referenzen zurückgreifen geht das in online oder in verschiedene druckereien die nicht immer alle die gleichen referenzen oder die einstellungswerte haben hast du natürlich auch entsprechend farbschwankungen also jetzt ganz im ernst im einzelnen produkt ist es denke ich fast egal also ich will das jetzt nicht irgendwie runter reden nein nein ich verstehe schon aber wenn man wenn du es gesammelt irgendwo hast dann kann es wirklich doof aussehen und dann wird es einfach unschön das ist ja glaube ich gerade wichtig wenn das viel um das thema marke öffentlichkeit und so weiter geht wahrnehmung wo vieles parallel auch ganz genau ganz genau ich habe das immer wenn ich das ist immer das was ich kriege wenn ich einen flyer kriege egal wer den gemacht hat ist ein alter reflex gehe ich immer erst mal über den gefalzten rücken um zu gucken ob da ein bruch im druck zum beispiel ist weil ich kenne das so der wird dann entsprechend weiß ich gar nicht ob der noch mal vorher gestanzt wird oder gerillt dass man eben da nicht diesen bruch hat weil es gibt nichts schlimmeres als ein flyer für ein sehr hochwertiges produkt vielleicht und du hast aber dann im rücken so ein bruch oder einfach die wo dann idealerweise liegt noch eine dunkle farbfläche obendrauf dass du dann die weißen farb die 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 weißen faser kanten vom papier richtig die fahrt genau richtig das heißt ja das kann aber trotzdem passieren muss man fairerweise sagen das kann man kann man nicht ausschließen man kann dem entgegenwirken indem man genau man also bei so flyern bei dünneren material ist es sowieso eher selten aber durch diese spröhlichkeit der druckfarbe und eben auch durchs papier wenn es dann irgendwann auch mal gegen die laufrichtung verarbeitet wird kann es passieren dann liegt halt die farbe obendrauf und das ist ja ein völlig normaler prozess das wird an der stelle geknickt also platzte auf klar kannst du aber man kann dir nicht aus und gerne risse genau du kannst du halt nur entgegenwirken genau was du gerade gesagt hast du machst vorher noch einen weiteren durchgang in einer anderen maschine und rillst die dann eben noch mal vor mit einer rillkante das dann der falzbruch dann damit schon ein bisschen entgegengewirkt wird und wenn man dann bei stärkeren materialien vielleicht sogar noch man kann noch eine telefonierung machen dann kommst du aber heutzutage auch wieder sehr häufig und sehr schnell das thema umwelt und nachhaltigkeit ne also ist einmal ist immer alles sich so ganz einfach sieht immer einfach aus wenn man es wirklich schön haben will sind auch ein paar schritte erforderlich tatsächlich du hast zwei sachen gesagt wo ich gerne einhaken möchte eben hast du gesagt wer das ist gut wenn man alles irgendwie aus einer hand hat und es gibt hier das netzwerk ich greife da direkt mal ein weil das ist ja auch unser wunsch dieses netzwerk in in dem ihr ja auch mitglied seid beim gm leben verein ein bisschen zu fördern auszubauen deswegen machen wir auch diesen podcast dass man einfach mal auch so ein bisschen rauskommt dass die leute die möglichkeit haben auch mal rechts links zu gucken was gibt es denn eigentlich alles wie wichtig ist das für euch jetzt mal abgesehen davon dass man sich natürlich in der drucker druckerei branche irgendwie vernetzt um entsprechende aufträge wie du eben erzählt hast gut auch zu bedienen aber wie wichtig ist das darüber hinaus was oder wichtig ist es auch für euch sich in so einem netzwerk über zu engagieren zu partizipieren mega wichtig ja mega wichtig weil ich sag mal meine meine these ist es kauft das was du kaufen kannst du den kirchturm einher das ist ja das was wir eigentlich alle wieder brauchen wir müssen ja eigentlich alle wieder so ein stück weit die besinnung bekommen das was man irgendwo in der nachbarschaft kaufen kann zu kaufen und so kann ja jeder den anderen unterstützen also ist ja auch nehmen wir ein anderes beispiel wenn ich jetzt irgendwo bei einem anderen netzwerkpartner für mich was brauche ist es ja auch für mich super gut wenn ich mir den packen kann kann den anrufen und habe einen ansprechpartner direkt vor ort natürlich kann das sein dass der vielleicht einen cent oder zwei oder drei teurer ist weil auch ein paar euros teurer ist aber es ist ja immer die frage was man will und ich sage mal wir verstehen uns ganz eindeutig und das ist auch unsere unsere ja ich hätte beinahe gesagt unsere identität wir sind eine druckerei vor ort oder in der region für die region ja ich habe mich nicht umsonst mal irgendwann für den für den slogan oder für den für den satz entschieden medienpartner im oberbergischen das meine ich schon ganz ernst ja also ich sag mal so sehen wir uns so verstehen wir uns und darauf haben wir auch eigentlich in den letzten jahren in schwierigen jahren natürlich ganz klar also wir kämpfen das ist in der druckbranche denke ich muss man ganz offen darüber reden das ist die goldenen jahre sind vorbei und man muss einfach gucken wo man da bleibt das ist keine frage und da muss man sich halt überlegen welche geschäftsfelder will ich denn überhaupt noch kann ich noch beackern weil wie gesagt ein ganz großer teil ist weg wenn ich denke wir haben vor zehn jahren hier noch auf vier druckmaschinen gearbeitet in verschiedenen format klassen wo eben auch noch dieser klassische flyer produziert wurde den wir heute überhaupt nicht mehr bekommen wenn höchstens ich sag mal einfach als nebenprodukt zu einer anderen auflage weil doch viele dinge die sag ich mal wirklich standard karo einfach sind einfach online weg sind das muss man einfach mal so zur kenntnis nehmen das ist so wäre aber rein technisch immer noch möglich machen wir das ja auch noch aber in einem ganz anderen umfang als früher heute einfach den fokus da siehst du es auch wieder auf auf sag ich mal auf dingen die wo wir oder wo unsere kunden sich im prinzip dann an uns wenden weil sie vielleicht auch wissen dass sie da mit uns ganz gut drüber reden können und dass wir es relativ ernst weinen an der stelle und auch sehr sehr gerne beraten zur seite stehen eben dinge zu machen die genau du sagtest das vorhin mal diese wertigkeit auch transportieren sollen ja also ich sag mal es ist ja doch noch was anderes ist eine zielgruppen sache ist auch sicherlich eine generationen sache aber es ist schon noch was anderes wenn du deinem kunden als das gefühl geben willst hey du bist was besonderes dann gibst du dem was in die hand wo er noch was von hat was er auch nicht sofort weg wirft sondern wo er sagt mein lieber mann die haben sich das aber was kosten lassen sage ich mal das klingt ja grundsätzlich schon in der konzeption wenn ich mir überlege weiß ich nicht ich muss irgendwas bewerben und ich kann vorbeikommen und kann mir das angucken ich kann mir mal papiermuster angucken klar die kann ich auch bei den online druckereien anfordern aber vielleicht auch mal wirklich ein fertiges produkt das natürlich inhaltlich was anderes darstellt aber ich kann mal weiß ich nicht ein gebundenes buch in der hand halten oder weiß ich nicht all diese dinge das ist natürlich auch total schön ich meine das ist natürlich auch klasse kurze lieferwege prima sache geht gut in die nachhaltigkeit weil warum muss es um weiß ich nicht durch ganz deutschland gefahren werden solche dinge eben das ist ist ein guter ansatz aber so hat sich das eben genau das wollte ich damit sagen und deswegen haben wir das vielleicht noch eben ganz kurz immer alles dann bin ich auch durch damit deswegen haben wir uns dann irgendwann das verstand vor 2017 war das stand im prinzip noch mal eine neue investitionsrunde bei uns an weil eben die maschinen auch die wir dann hatten ein stück weit in die jahre gekommen waren und dann war eben die frage ganz klar wo sind wir die konnte da auch keiner beantworten die kann ich heute ja auch nicht beantworten weil keiner weiß wo die reise letzten endes in den nächsten zwei drei jahren hingeht das ist ja mittlerweile wirklich der blick in die kristallkugel geworden aber trotzdem kann man eins sagen es gibt für wertige sachen auch noch wirklich viele abnehmer die das auch gerne ihren kunden weitergeben und die das eben auch dann irgendwo zu schätzen wissen was da produziert wird und deswegen haben wir uns vor das ist auch ein alleinstellungsmerkmal ich betone das schon mal ganz gerne hier so in der region auch haben wir uns damals für den led uv offset druck entschieden um einfach da noch mal gerade auch im im haptischen bereich naturpapier bereich ohne dass man das will ich jetzt nicht weiter aussehen aber das hat halt gewisse vorzüge gerade im kreativ kreativen bereich für die konzeption von sage ich mal werbemittel oder druck sachen auf naturpapieren ist es ganz schön weil einfach dieses verhalten da noch mal ein anderes ist man kann eben damit sachen produzieren die vielleicht sage ich mal auf herkömmliche art und weise nicht so ganz einfach zu produzieren sind da sind wir ein stück weit flexibler sage ich mal so und können wir auch dem kunden das ein oder andere da anbieten an der stelle da klingt sich mein musikerherz ein wäre es möglich bei euch zum beispiel auch zu sagen wir machen für eine kleine auflage weiß ich nicht vinyl taschen und so was in der richtung für schallplatten zum beispiel also die die vinyl tasche wieder nicht das geht nicht weil das ist ja wieder ein anderes material ist ja schon nach wie vor der druckträger papier bleibt ja ich meine ich meine den den karton hat das ist das ist interessant dann werden wir noch mal an anderer stelle sehr gerne noch eine zweite frage dann du hast eben sehr schön diese ganzen technischen anforderungen beschrieben und auch wenn das wundervoll ich es ist ja auch wichtig es gehört ja dazu wie sieht das aus mit also was für berufe habt ihr hier im haus also und gibt es zum beispiel auch ist immer die frage nach nach ausbildungsplätzen und zum beispiel sowas in der richtung magst du da noch ein bisschen von erzählen das klingt für mich schon nach einem anspruchsvollen bereich wo vielleicht der ein oder andere auch interesse daran haben könnte sehr gerne also es gibt tatsächlich nach wie vor das ist interessant finde ich das hat sich nicht geändert es gibt nach wie vor die drei berufsbilder bei uns das ist einmal der ich sag mal der klassischen vorstufe früher nannte man es schriftsetze ringe alle dann irgendwann neue begriffe jetzt gibt es dann eben den 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 grafik oder mediendesigner dann gibt es in verschiedene fachrichtungen alles wie gesagt also bleiben wir mal bei dem althergebrachten begriff schriftsetze das ist der vorstufen die die vorstufe wo dann im prinzip die sachen entsprechend layoutet werden gestaltet werden findet übrigens auch wieder sehr häufig statt mal fällt mir gerade dabei noch ein also das ist auch ein interessanter effekt wir merken also gerade dass auch wieder ein stück weit vorstufen leistungen die auch eine zeit lang weg waren ja wo im prinzip wieder so ein bisschen auch so das fachmännische auge gefordert wird auch wieder so ein stück in die drucke rein zurückverlegt wo eigentlich sachen gemacht werden die auch ein paar jahre jetzt kann man nicht generalisieren aber es ist wir stellen das bei uns fest dass unsere vorstufen leistung doch da an der stelle wieder ein bisschen zugenommen und dass wir auch wieder für gestalterischen dinge mit ins boot genommen werden das ist natürlich toll weil das ja eigentlich der klassische ursprüngliche beruf ist den ein schriftsetzer damals hat da muss ich das ja vorstellen wurden vor 40 jahren haben sie noch mit bleibuchstaben für mich völlig unvorstellbar völlig unvorstellbar mein vater hat das noch gelernt und wir haben sogar noch eine mitarbeiterin hier die ist genauso alt wie ich also ganz irre klar sind schon ein bisschen älter aber trotzdem die hat das tatsächlich noch in ihrer ausbildung gelernt ja und hat dann aber sofort den schritt vollzogen den ich dann auch so ich habe so auch gelernt schriftsetzer dann eben schon auf damals kamen die macintosh raus die apple geräte und damit wurde natürlich diese gestaltung visualisiert ja also alles was damals die leute im kopf haben muss das muss man sich ja wirklich mal vorstellen indem sie irgendwo zeilen aus bleibuchstaben entweder so in gelegt haben also haben die ja wirklich gelegt und oder danach gab es dann zeilenweise beschreibungsmöglichkeiten trotzdem musste man ja das große ganze irgendwo in seinem kopf haben und wissen wie sind die einzelnen verhältnisse also eigentlich irre eigentlich wirklich irre und heute ist es halt dann doch so ich sag mal seit mitte ende der 90er jahre haben wir diese visualisierung oder halt am bildschirm alles einstellen kannst auch das hat sich natürlich in den jahren noch mal drastisch verändert ganz klar aber vom prinzip her ist es ja so geblieben und deswegen ist dieser mediengestalter beruf muss ich schon sagen nach wie vor finde ich ein sehr sehr interessanter abwechslungsbereich der drei das war der eine das ist der eine der unterteilt sich dann noch mal ob du in der agentur arbeitest oder der druckerei dann wird der noch mal unterschieden aber es ist der erste das ist im prinzip der also wie gesagt der schriftsetzer dann der drucker klar der kommt dann also es ist ein ganz wichtiger ausbildungsberuf nach wie vor auf der drucker heißt glaube ich jetzt medientechnologe und ist auch ein ausbildungsberuf auch bei uns und dann gibt es natürlich für die entbearbeitung hintendran dann auch den buchbinder sag ich mal klassische buchbinder der dann im prinzip am ende steht und genau dafür sorgen muss dass eben deine falz kanten nicht aufbrechen dass die seiten schön ineinander passen und das eben im prinzip alles schön ineinander passt und zusammen gehört bildet ihr aus ja also vor corona haben wir das tatsächlich getan die corona jahre haben dazu dann irgendwo geführt dass wir richtig auf die bremse getreten sind auch personell sehr sehr bedauerlich und jetzt versuchen wir uns gerade so ein bisschen aus dem tal der tränen wieder import zu rappeln und dann sicherlich auch gerne wieder ausbilden wollen natürlich klar gibt ja nichts besseres als die leute die du irgendwo ausbildest auch hinterher in deinem betrieb zu übernehmen das heißt wenn jetzt jemand zuhört und sagt das wäre interessant wie die können sich einfach melden ja die können sich auf jeden fall melden und können sich bewerben und wie gesagt ich meine du siehst dass hier wir sind ein kleiner betrieb sind mittlerweile nur noch 15 leute aber nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich nachwuchs wie alle anderen auch das ist ein riesen thema unbenommen klar ein riesen thema einfach welp wie ist es welp wie ist die webseite welpdruck welpdruck.de ganz einfach ganz einfach mit p liebe leute genau fantastisch ja genau mit welp mit p großartig das waren sehr viele informationen aber ich fand es sehr kurzweilig wenn du nichts mehr hast ich würde sagen an diese ich denke du könntest noch ewig weiter erzählen ich hätte auch interesse noch weiter zuzuhören aber wir sind schon ganz gut in der zeit deswegen michael an dieser liebe an dieser stelle lieben lieben dank für deine zeit ja danke für euer interesse dein interesse ja es geht ja vor allem jetzt um die leute die draußen zuhören danke auch also für euer interesse wenn er draußen an den geräten sitzt und ich kann mir vorstellen wenn da noch mehr interesse ist kann man sich hier gerne auch mal melden gerade wenn es eben um weiß ich nicht ausbildung und so weiter geht das scheint ja durchaus immer noch ein thema zu sein beziehungsweise wissen wir dass das ein thema ist und ja wunderbar an dieser stelle vielen dank von hier danke auch danke noch mal und ich wünsche euch draußen alles gute bis wir uns wieder hören beim nächsten stadtgespräch gummersbach bis dahin ciao und und